Der Sepp wandert gerne in den Alpen. Gerade sitzt er einmal wieder auf einer Alm und genießt seine kühle Apfelschorle nach einer anstrengenden Wanderung. Während der Wanderung hat er auf einigen Steinen Fossilien von Muscheln und anderen Meerestien entdeckt, welche er als Souvenirs eingesteckt hat. Zunächst hat er sich nichts dabei gedacht, doch nun kommt er ins Grübeln. Auf einem Schild an der Alm steht, dass er sich über 2000 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Wie kann es also sein, dass er hier Überreste von Meerestien findet? Um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Alpen entstanden sind. Die Alpen sind ziemlich groß. Die Gipfel liegen in ca. 3000 bis 4000 Metern Höhe und sind verteilt auf eine Fläche, die so groß ist wie 42 Millionen Fußballfelder bzw. 116 Mal das Saarland. Für die Entstehung spielt auch der Aufbau der Erde eine Rolle. Wenn wir einen großen Bohrer an der Erdoberfläche ansetzen würden, dann stoßen wir nach ca. 40 Kilometern Gestein auf flüssiges Magma. Dieses flüssige Gestein füllt den 3000 Kilometer dicken Zwischenraum zwischen der Erdkruste und dem äußeren Erdkern und es unterteilt in den oberen und unteren Mantel. Die Erdkruste schwimmt sozusagen auf dem Mantel. Diese ist jedoch keinesfalls ein einziges Stück, sondern ist in viele Teile zerbrochen, welche auch Platten genannt werden. Sie schwimmen wie Eisberge auf dem Magma und sind wegen Strömungen im Erdmantel in ständiger Bewegung. Sie sind aber sehr langsam unterwegs, nur einige Zentimeter pro Jahr. Nun aber zurück zur Entstehung der Alpen. Ihr werdet es kaum glauben, aber dort wo heute die Alpen in die Höhe ragen, war einst ein großes Meer. Um der Entstehung der Alpen genauer auf den Grund gehen zu können, müssen wir in der Geschichte sehr weit zurückgehen, bis in die Zeit vor den ersten Dinosauriern. Vor etwa 300 Millionen Jahren waren die fünf Kontinente Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Australien noch keine getrennten Kontinente, sondern sie waren miteinander verbunden und bildeten den Superkontinent Pangäa. Vor etwa 200 bis 100 Millionen Jahren zerbrach der Urkontinent Pangäa in mehrere Teile und die afrikanische und die europäische Platte begannen auseinanderzudriften. Dabei entstand zwischen Afrika und Europa ein großes Meer, das sogenannte Thetis-Meer. Dort wo Sepp heute wandert, tummelten sich also einst Fische und Muscheln. Überreste dieser Tiere sanken zu Boden und bilden zusammen mit von Flüssen ins Meer getragenen Sedimenten, wie Sand und Schlamm, mehrere Schichten auf dem Grund des Meeres. Diese Schichten wurden durch den hohen Wasserdruck zu Steinen zusammengepresst. Dadurch sind die Fossilien entstanden, die Sepp heute eingesammelt hat. Aber wie kamen sie 2000 Meter in die Höhe? Wandern ging ja schlecht. Den Prozess, der das bewirkt, nennt man Gebirgsbildung. Die eigentliche Gebirgsbildung der Alpen, die sogenannte Originese, fand vor etwa 100 bis 20 Millionen Jahren statt, als der afrikanische Kontinent begann, sich auf den europäischen Kontinent zuzubewegen. So eine Verschiebung nennt man auch Kontinentalverschiebung. Als der afrikanische Kontinent weiter nach Norden driftete, wurde das Thetismeer zusammengeschoben und seine ozeanischen Gesteinsplatten tauchten in einen Tiefseegraben unter das Festland des afrikanischen Kontinents ab. Diesen Vorgang nennt man Subduktion. Vor etwa 50 Millionen Jahren hatte der Tiefseegraben vor Afrika schließlich so viel Gestein geschluckt, dass der Zwischenraum zum europäischen Kontinent immer enger wurde. Es kam zu einer Kollision, das heißt eine Zusammenprall zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent. Dennoch drückte der afrikanische Kontinent weiter nach Norden. Dadurch wurden große Teile der dicken Gesteinsmassen am Grund des Thetismeeres zusammengeschoben und nach oben gefaltet. Deshalb bezeichnet man die Alpen als Faltengebirge. Die Schubbewegungen des afrikanischen Kontinents in Richtung Norden und die Faltung des Gesteins hatten zwei geologisch interessante Folgen. Viele Gesteine in den Alpen sind heute viele hundert Kilometer von ihrem Entstehungsort entfernt. Außerdem sind Gesteine, welche einst Meeresböden gebildet haben, heute in mehreren tausend Metern Höhe zu finden. Deshalb kann Sepp auch Muscheln in den Bergen finden. Einige dieser Berge waren bis zu 30 Kilometer hoch. Heute ist selbst der höchste Berg der Alpen, der Mont Blanc, in Frankreich nur 4.800 Meter hoch. Dies wirft erneut Fragen auf, welche der Sepp sich nicht erklären kann. Das Schrumpfen der Alpen ist auf die Erosion und Materialabtragungen durch Wind und Regen zurückzuführen. Durch starken Wind, der durch Spalten und über Flächen weht, wird immer eine dünne Schicht von lockerem Steinstaub abgetragen. Mit der Zeit wird so einiges an Oberfläche entfernt. Beim Regen ist es ähnlich. Auch er nimmt kleinere, lockere Steine mit und trägt so mit der Zeit die Oberfläche ab. Die Frostsprengung ist noch eine weitere Variante der Erosion. Im Gestein findet man viele kleine Risse, in welche Regen und Schmelzwasser eindringen kann. Wenn es wieder kälter wird, dann gefriert dieses Wasser und dehnt sich aus. Dadurch sprengt das Eis Gesteinsbrocken von den Alpen ab. Vor allem wurden die Alpen aber durch Gletscher abgetragen. An ihrer Unterseite führen Gletscher festgefrorenes Gesteinsmaterial mit, welches wirkt wie extrem grobes Schleifpapier. Die große Masse eines Gletschers übt einen hohen Druck auf den Boden aus. Die raue Gletscherunterfläche hat also leichtes Spiel, den Fels abzuschleifen. Wenn der Gletscher schmilzt, trägt Schmelzwasser viel Material mit ins Tal. Sowohl beim Bilden des Gletschers als auch beim Schmelzen wurden mehrere tausend Tonnen Gestein ins Tal geschoben. Weder die Kontinentalverschiebung noch die Erosion sind schon abgeschlossen. Die zwei Kontinente bewegen sich immer noch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von ganzen 5 cm pro Jahr aufeinander zu. Also mit 0,00000000005 kmh. Die Alpen werden um etwa 1-2 cm pro Jahr angehoben. Allerdings wirkt hier die Erosion entgegen, sodass sich das Anheben und die Abtragung fast im Gleichgewicht halten. Die Alpen wachsen tatsächlich nur um etwa 1 mm pro Jahr. Wir können weder dieses Wachstum der Alpen noch den Schub Afrikas in Richtung Norden wahrnehmen. Dennoch hat die Kontinentalverschiebung eine große Auswirkung und wird der Welt im Laufe der nächsten Jahrmillionen ein ganz neues Aussehen bescheren. So vermuten Geologen, dass die Alpen nicht das einzige Gebirge bleiben werden, das durch die Nordbewegung des afrikanischen Kontinents entsteht. Sie nehmen an, dass das Mittelmeer, ähnlich dem Schwund des Thetismeeres, in etwa 80 Millionen Jahren einer neu entstehenden Gebirgskette weichen muss. Durch diese ganzen interessanten Infos war er selbst so abgelenkt, dass er ganz vergessen hat, seine Apfelscholle zu trinken, welche inzwischen ungenießbar warm geworden ist. Dafür hat er aber viel über die Alpen gelernt und seinen Durst nach Wissen gestillt. Hier habt ihr nochmal eine Übersichtsfolie, die ihr euch gerne ausdrucken könnt, natürlich nur zum Lernen.